So, Rettungsdienst... Ah, was macht sie in meiner Wohnung? Äh, sind sie Herr Kraus? Ihre Nachbarn haben sich Sorgen gemacht, sie hätten sie seit längerem nicht gesehen. Oh nein, jedes Mal das Gleiche! Ich bin Kraus mit scharfem S, nicht mit zwei S, das ist die Nachbarin. Hm, aber warum haben sie die Tüte nicht aufgemacht? Wir haben doch geklingelt. Das ist eine elektronische Klingel, die geht aktuell nicht. Ja, dann tut es uns. Oh, geht's meinem Ehemann gut? Die Gisela von gegenüber hat mich angerufen und gesagt, dass hier Feuerwehr und Polizei steht. Und Rettungsdienst? Da bin ich direkt von der Arbeit hierhin gefahren. Was ist das hier? Deshalb auch die deaktivierte elektronische Klingel, damit die Frau aufs Handy keine Benachrichtigung kriegt. Was, eine Frau? Also das ist ein ganz dummes Missverständnis und zwar wurden wir zu einer Türöffnung auf den Namen Kraus gerufen. Die, die wir seit längerem nicht gesehen haben. Was wir nicht wussten, ist, dass es hier einmal Kraus mit scharfem S und zwei S gibt. Wir entschuldigen uns und gehen dann mal nach Kraus mit zwei S gucken. Wir schauen, dass wir nachher kommen.